Hey Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch zurück zu Let's Play MLB 15 The Show Road to the Show. Ja, warum sage ich, ich begrüße euch Baseball-Experten oder Baseball-Neulinge zurück? Aus dem relativ einfachen Grund, da wir MLB 13 damals gespielt haben, jetzt in 15 sind wir auf der Playstation 4 unterwegs und wir werden genau wie damals mit Sonny Van Hero, unserem ultimativen Sport-Experten in allen Sportspielen, die ich spiele, den Road to the Show-Modus spielen, das ist der Singleplayer-Modus, die Spielerkarriere und da wollen wir heute drin abtauchen. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, wie Baseball funktioniert, ist das nicht ganz so schlimm. Ich werde gerade heute in dem Video eine ganze Menge erklären, wenn ihr Baseball-Experten seid, umso besser. Die Kommentare stehen euch offen, über meine Fehler zu lästern. Gut, ja, wir werden damit anfangen, dass wir uns jetzt erstmal als Sonny Van Hero unseren Archetypen erstellen und ja, da geht es damit los, dass wir die Position bestimmen sollen, an der Sonny spielt. Wir sehen hier quasi eine grobe Übersicht über das Spielfeld mit den einzelnen Bases, mit den oben den Left-Field, Center-Field, Right-Fieldern. Dann, wir haben die SS-Position, also den Shortstop, was wir damals gespielt haben. Die Abkürzung SS gefällt mir übrigens so gar nicht. Ich glaube, ich nenne es einfach mal Shortstop. Als Deutscher fühlt man sich ein bisschen wohler damit, als mit einer SS-Position. 1B, 2B, 3B ist 1B, 2B, 3B ist 1B, 3B. Ja, und wir haben natürlich auch noch die Catcher, die Pitcher. Ich mag keine Pitcher, also die Werfer ist einfach nicht mein in diesen Spielen. Deshalb, nachdem wir beim letzten Mal in der 13. Reihe in Shortstop waren, 61 Videos lang, denke ich, ich werde diesmal jemanden spielen, der eine Base besetzt. Jetzt ist die Frage, welche Base? 1B ist vielleicht nicht ganz so aufregend in der Anfangszeit, ist aber eine sehr wichtige Position. 2B könnte ein bisschen mehr Action bringen. Ich denke fast, wir fangen mit der 1B an und wählen dafür die linke Hand, denn regulär sind 1Bs meist Linkshänder, weil man die auf anderen Positionen nicht einsetzen kann. Warum das so ist, da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Und alles Weitere werde ich euch gleich erklären. Also macht euch jetzt nicht zu viel Gedanken über die Position. Das wird gleich im Spiel ein bisschen anschaulicher erklärt. Wir können auch ein paar Punkte verteilen, da packen wir primär in Contact and Power rein, damit wir auch ein bisschen, ja, ein bisschen was, ja, wie sage ich es am besten, ein bisschen Wumms in den Mauken haben. So, ein bisschen Fielding rein. Jetzt dürfen wir die Region bestimmen, für die wir scouten scheinbar. Ja, für den Showcase. Ich will mal den Westen. Ich sage nur Giants, San Francisco, Westen, Freunde. So, und jetzt geht es darum, den Spieler zu erstellen. Und das wird jetzt ein unglaublich langwieriger Prozess, glaube ich, bis ich wirklich Sony One Hero hier im Detail erstellt habe. Deswegen machen wir es so. Ich werde einen Schnellfallauf einbauen, wo ihr seht, was ich alles erstelle. Ich erstelle das, ihr verpasst nichts, aber es ist besser, als wenn ich jetzt hier das Video 10 Minuten lang strecke oder sowas, weil ich alles im Detail einstelle. Ihr seht es trotzdem, wir hören uns gleich wieder. Vielen Dank. So, und damit sind wir zurück. Ihr habt jetzt im Schnelldurchlauf mal ganz kurz gesehen, wie ich Sony erstellt habe. Ich bin da wirklich ins Detail gegangen und das finde ich immer ganz wichtig. So, wir sehen hier immer das Gesicht unseres neuen Helden. Ja, Sony ist ein bisschen in den Jahren gekommen, nachdem er den Super Bowl gewonnen hat, aber was mir sehr gut gefällt, ist einfach dieser Bart. Ich liebe den Bart und ich kam nicht drum herum, Sony so ein bisschen zum Red Brown Fox zu machen. Also, so ein bisschen Rot in den Bart schadet auch nicht. Und ja, gut, wir haben alles und damit springen wir dann tatsächlich weiter und gucken mal, wie es weitergeht. So, jetzt sehen wir, willkommen zum Tops Amateur Showcase. Ja, Tops, diese Marke, ihr kennt das alle, diese Quartettspiele. Jetzt wird uns gesagt, dass wir über die nächsten drei Spiele gegen andere MLB Draft Kandidaten antreten werden und quasi unsere beste Leistung zeigen müssen, denn die Scouts sind da. Wir sehen es unten einfach, was jetzt unsere Hauptaufgabe ist. Wir spielen Ball gegen andere Teams und andere Draft Kandidaten, wir werden gescoutet und wir nehmen am Ende am MLB Draft teil, wo wir dann hoffentlich zu einem guten Team gedraftet werden. Aber ob das wirklich so gut funktioniert, schauen wir mal. Da hat man wahrscheinlich mehr Hoffnung als, ja, also in der Regel fängt man einfach nicht direkt bei einem Major League Team an, sondern man fängt bei einem, ja, einfach einem der Minor League Teams an. Das sind dann so Aufbauteams oder Farmteams, könnte man auch sagen. Wer die letzte Reihe verfolgt hat, der weiß das. Wir haben ewig bei, wo haben wir denn gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Kurioserweise, sehe ich gerade auf dem Bild, sehen wir ein bisschen anders aus als vorher. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und was natürlich jetzt sehr, sehr problematisch wird, ist, dass unser Overall gerade mal bei 51 liegt. Das ist für einen Rookie natürlich vollkommen normal, dass der nicht mit einem 90er Wert beginnt. Aber, ja, schauen wir mal, was wir da wirklich gleich treffen. Ja, erstes Mal auf dem Fels und jetzt geht es im Grunde genommen vor dem Spiel darum, sich erstmal so ein bisschen, ja, einzubetten. Also erstmal so ein bisschen auszuloten, wie fliegt der Ball, wie schlage ich ihn am besten. Einfach so ein bisschen reinkommen. Das Ding ist, das hat keinerlei Auswirkungen in irgendeiner Art und Weise auf das eigentliche, ja, irgendwie jetzt auf unsere Leistung gleich. Das heißt, wir können hier, ja, Home Run nach Home Run schlagen, was wir jetzt nicht getan haben. Aber könnten wir und es würde keine Auswirkung haben. Also es wirkt sich nicht aus, ob wir uns hier aufwärmen auf eine Verletzung oder sowas. Das ist ein bisschen schade, das kritisiere ich auch eigentlich seit Jahren, aber, naja, man kann nicht alles haben, ne. Ich nehme es jetzt erstmal dahingehend, um einfach so ein bisschen wieder reinzukommen, denn ich habe tatsächlich seit 13 nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt hier ein Spiel gemacht vorher, um so ein bisschen reinzukommen, aber ihr seht schon, das mit dem Timing ist halt so eine Sache, ne. Mit dem Timing ist halt so eine, oh, der war schön. Der war schön geschlagen. Ja, und dann gucken wir uns gleich mal an, wie das im Spiel verläuft. Es kann nur besser werden. Ja, die westlichen Prospects gegen die Central Prospects und Klone scheinbar eben auf den Zuschauerrängen. So, wir sehen natürlich Starter als First Baseman. Ja, John Avils und Steven Sean sind hier die Starting Pitcher für beide Teams. Gut, und dann werden wir mal zu unserem ersten Einsatz springen. Also wir sehen jetzt, im Hintergrund wird quasi das restliche Spiel simuliert, alle neun Innings. Wir spielen natürlich aber nur die Parts, wo wir wirklich selber auch auf dem Feld stehen. Ganz wichtig. So, also wir sehen, der gegnerische Beta ist dran. So, das erste, was ich jetzt mal mache, ist, und da werden nämlich einige für treten vermutlich, aber ich werde mal ganz kurz die Kommentatoren runterstellen. Das hat einen simplen Grund. Und ich habe heute einfach, gerade im ersten Teil werde ich, erstmal so ein bisschen hier und da die Basics erklären. Dass wir diejenigen, die vielleicht meine bisherige MLB-Reihe gesehen haben, langweilen oder auch Leute, die sich mit Baseball auskennen. Aber ich finde, gerade bei so einem neuen Spiel, was vielleicht auch Leute schauen, die sich nicht im Sport auskennen, ist es wichtig, einfach mal die Basics abzudecken. Und das werden wir heute so ein bisschen machen. Und dafür ist der Kommentar einfach störend. Im nächsten Video werde ich Matt, Steve und Eric wieder aufdrehen. Dann halte ich die Klappe, wenn die sprechen, wie ihr es eigentlich kennt. Und, äh, ja, okay. So, also wir sind jetzt erstmal auf dem Feld hier. Wir stehen an der First Base. Keine Sorge, wenn ihr jetzt noch nichts versteht. Wir werden uns nach dem Spielzug, oh, sehr schön, die ganze Sache mal in Ruhe anschauen, während wir hier den Gegner als erste Out bescheren. Das ging direkt gut los. Was jetzt hier passiert ist, zeige ich euch jetzt, wenn wir das nächste Mal aufs Feld gehen. Denn dann kann ich in den Replay-Modus wechseln. Während wir selber zur Schlagplatte jetzt mal gehen. Okay. So, wir wechseln jetzt mal ganz kurz rein ins Replay des letzten Spielzugs. Okay. Wir haben jetzt hier unser Spielfeld. Ihr seht das hier. Ähm, das Spielfeld im Grunde genommen besteht aus, ähm, den Bases. Das heißt, wir haben hier die Homeplate. Wir haben hier die First Base. Die Second Base. Und wir haben die Third Base. Ja, die sind ganz wichtig. Ähm, was jetzt im Grunde genommen passiert ist, und was im Grunde genommen bei jedem Baseballspiel passiert. Alles ist im Grunde genommen ein Duell zwischen Pitcher. Das ist hier der Werfer, den wir hier sehen, der hier steht, der den Ball jetzt hat. Und zwischen Better. Das ist der gute Mann hier mit dem Schläger. Sein Ziel ist es, den Ball möglichst weit ins Feld zu schlagen und dafür zu sorgen, dass er vom Better zum Runner wird und sich eine der Bases holen kann. Ich meine, wir haben alle meinen Jana von Cleveland gesehen. Irgendwo kennen wir das alle her, ne? Ähm, gleichzeitig versucht der Pitcher natürlich, den Ball dreimal an der Hitzone des, ähm, des Betters vorbeizuwerfen, dass der hier beim Catcher landet. Wenn das drei, jedes Mal, wenn er vorbeigeht, ist es ein Strike, wenn das dreimal passiert, ist es ein Strikeout, der Spieler ist sozusagen raus. Also der Better muss vom Platz gehen. Und, ähm, wenn das, das quasi angreifende Team, man kann sozusagen, äh, den, ihn hier jetzt als, als Angreifer betiteln, äh, wenn, wenn die sich quasi drei Outs gesammelt haben, drei Strikeouts, dann, ja, sind sie weg, dann wechselt es. Also quasi von deren Angriff sind da, ist da das andere Team Angriff dran, was ja jetzt gerade momentan passiert, wo ich als jemand, der jetzt quasi hier noch in der Verteidigung steht, im nächsten Spielzug dann, weil die drei Outs gesammelt haben, selber als Better stehe und wir sind im Angriff. Okay, also wie gesagt, drei Outs und es gibt einen Angriffswechsel. Gut, was jetzt hier passiert ist, wir sehen das, der wirft, der Ball wird geschlagen, der Ball fliegt jetzt hier hin, zur First Base. Was ist jetzt hier passiert? Ähm, und warum habe ich gesagt, der ist out? Das ist ganz einfach, ähm, er läuft los natürlich, nachdem er das Ding geschlagen hat, hat es aber nicht relativ weit geschlagen, das heißt, das ist ja direkt in meine Arme gefallen als First Basement. Ich stehe nicht direkt auf der First Base, sondern stehe hier, weil ich mir im Grunde genommen, äh, diesen ganzen Platz hier zwischen First Base und Second Base ein wenig mit dem Second Basement teile. Das ist der hier, der steht ein bisschen weiter hinten momentan. Äh, wir haben hier vorne übrigens den Shortstop, der sich quasi den Platz von der Second Base zur Third Base, das ist ja der Third Baseman, äh, teilt. Also quasi, du hast immer pro Seite eigentlich zwei Leute, könnte man fast sagen, auch wenn der Second Baseman natürlich das hier seine primäre Position ist, aber im Grunde genommen, man teilt sich diese Strecke hier mit First Baseman und Second Baseman. Also wenn der Ball jetzt zum Beispiel hier aufkommen würde, würde ich da schon nicht mehr nachgehen, weil er den dann kriegt. Unser Ziel ist es also im Grunde genommen, wenn so ein Läufer hier unterwegs ist, den Ball zur jeweiligen Base einfach zu kriegen. Das heißt, der Ball ist flog jetzt genau in meine Arme, was passend ist, denn ich konnte jetzt mit dem Ball in der Hand hier hinlaufen, konnte einmal drauf treten. In dem Moment ist der Ball sozusagen an der Base, ja, und er kann das Laufen sich direkt sparen, weil der Ball vor ihm bei der Base ist. Wenn der Ball jetzt zum Beispiel hier hinten hingeflogen wäre, zu ihm, hätte er den Ball erst zu mir werfen müssen und der Ball hätte hier ankommen müssen, bevor er an der Base ist. Also eigentlich von den Grundzügen her, ähm, relativ einfach und im Grunde genommen ist einfach das Ziel der Angreifer, ja, die Bases zu beladen, im besten Fall einen Home Run zu schaffen, indem man alle Bases abläuft und hier wieder ankommt. Also, ähm, wir werden noch viel wahrscheinlich in Replays jetzt in diesem ersten Teil hier und da anschauen, aber, ähm, ich denke, das ist klar und verständlich gerade. Uh, für so ein erstes, äh, schade. Gerade für so ein erstes Video. Das war nicht besonders gut, was da passiert ist. Ähm, da habe ich den Ball nicht nur zu weit ins Aus geschlagen, sondern der wurde auch noch aus der Ballluft gecatcht. Das heißt, ich habe für mein Team ein Out kassiert, denn wenn ein Ball aus der Luft gefangen wird, ist das ein Out für den, der am, äh, ja, am Schlagmal steht. Äh, nicht ganz so schön. Das ist also kein, kein glorreiches Debüt, was Sony, ich sage ich, ich meine, was Sony Van Hero sich da geleistet hat, der alte Knilch, der... So, wir sind natürlich jetzt, wie er dadurch das gewechselt hat, sind wir wieder auf der First Base. So, ich renne jetzt zur Base, er wirft mir das Ding zu, ich habe das Ding, bevor der Läufer da ist, wir haben den Out kassiert. Easy peasy. Leichtes Force Out, auch schön, dass man direkt Feedback kriegt immer. So. Äh, ganz interessant auch oben die Zahlen, die ihr seht. Ihr seht da oben momentan eine 2-2. Ich habe ja anfangs gesagt, das Ganze ist quasi immer ein Duell zwischen Pitcher und Better. Und, so, Base machen wir es, wir dem ausgeben. Ja, haben wir es geschafft. Äh, dieses Duell-Pitcher gegen Better kann in zwei Richtungen laufen. Das heißt, ich erwähnte schon, dass es diese, äh, drei Outs gibt, bis es den Strikeout gibt. Also quasi dreimal an dem, ja, an dem Better vorbeischlagen und du hast ihn rausgeschickt. Es kann aber genauso passieren, wenn der Werfer viermal einen Fehler macht, dass dann derjenige am Plate laufen darf. Denn der Ball muss sich einfach in so einer Hitzone vor ihm, äh, also, der Ball darf nicht irgendwo aufkommen. Der muss sich in einem bestimmten Rahmen schon an dem Better vorbeifliegen. Sehr schön. Gute Reaktion wird uns hier gesagt. Aber es gibt alles schöne XP-Punkte. Schöne XP-Punkte gibt das. Ach ja. Oh, ist ja gar nicht mal so, äh, unspannend. So, jetzt passiert was ganz Interessantes. Ähm, wir sehen oben diese drei Kästchen. Das bedeutet, alle Bases von uns momentan, das können wir jetzt nicht sehen, sind beladen. Und wir haben zwei Outs. Das heißt, ich sollte jetzt tatsächlich versuchen, den Ball im besten Fall irgendwo ins Feld zu kriegen. Das zumindest... Ja, sauber. Das ist perfekt, perfekt. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. So, ich bleib hier stehen. Das war perfekt. Das war ein perfekter Spielzug. Besser hätte das gar nicht laufen können. Denn ich hab für zwei RBIs sogar gesorgt. Für, ähm, Run-Betted-In. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an, weil das ist ganz spannend, was da passiert ist. Da hab ich nämlich, glaub ich, mich so ein bisschen verdient. Oh, da sehen wir sogar ein Replay. Da sehen wir ein Replay. Nicht mal, was ich ausgelöst hab. Ich hab den Ball natürlich absichtlich so ein bisschen nach unten geschlagen, dass der ins Feld geht. Gar nicht erst versuchen, zu hoch gehen zu lassen. Aber das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ähm, okay, wir gehen ins Replay. Und glaubt mir, in den nächsten Videos gibt's nicht mehr so viele Replays, aber gerade in so einem ersten Video ist es wichtig. So, also wir sehen nochmal ganz kurz, unsere Base, oh, die Bases sind beladen. Das heißt, hier ist einer von uns, hier ist noch einer und hier ist noch einer. Also die sind in tollen Positionen, um natürlich einen Lauf reinzukriegen. Deswegen zählen die jetzt alle auf mich, dass ich das Ding irgendwo hinschlag, dass die laufen können. Das passiert. Das Ding fliegt ins Feld. Der, die bewegen sich natürlich alle von ihrer Base weiter. Wir sehen das hier. Äh, glücklicherweise hab ich hier Glück gehabt, dass der, glaub ich, ein bisschen daneben gegriffen hat. Sekunde zu spät gewesen. Ähm, genug Zeit, damit der rüberlaufen kann, einen Punkt nach Hause holt. Und auch er hier läuft. Und wahrscheinlich wird der Coach sogar anzeigen, lauf weiter. Da sehen wir es. Der Coach hier zeigt, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Äh, er läuft, holt auch einen Punkt, weil er nach Hause, oh, das war sogar knapp hier. Rutscht dann in letzter Sekunde rein, aber ist safe. Und wir haben zwei Läufe nach Hause geholt. Und was jetzt passiert für uns, wir waren ja gerade Beta, wir sind jetzt Läufer. Das heißt, wir stehen hier an der Base und unsere Aufgabe ist es tatsächlich, ja, jetzt auch so einen Lauf nach Hause zu holen. Wäre zumindest ganz schön. Und jetzt sehen wir auch mal so ein bisschen mehr im Detail oben dieses Duell Pitcher vs. Hitter, was wir gerade gesehen haben. Also ihr seht es um dieses 0 zu 1. Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen, ich will es nicht ein Geduldsspiel nennen, was jetzt passiert. Aber wir sind natürlich schon auf die KI angewiesen, dass die jetzt einfach einen möglichst guten Ball schlägt. Ja, das sind zwei Strikes, das ist gar nicht gut. Das läuft nicht gut. Also wenn da noch ein Strike landet, dann, äh, ja, war meine gute Positionsarbeit für die Katze hier. Das wäre natürlich nicht so schön. Jetzt kommt, treff das Ding wenigstens. Ja, das war ein Ball. Also quasi der Pitcher hat einen Fehler gemacht, deswegen steht vorne jetzt die 1. Wie gesagt, er darf sich beim vierten Fehler, dürfen wir quasi alle eine Position weiterrücken. Aber, ja, vier Fehler müssen erstmal geworfen werden. Das ist nicht unbedingt die Regel. Oh, da habe ich ein bisschen gepennt. Oh, schön, da wird doch trotzdem ein Run reingeholt. Oh, awesome, awesome. Ähm, äh, wir hätten zwar auch weiterlaufen können. Da habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen gepennt. Aber, äh, unser Kollege, das, äh, replay, ihr wisst ja, äh, das gucken wir uns ja auch nochmal an. Ich weiß gar nicht, wie der Ball geflogen ist. Gucken wir mal. Ah, hier, ihr seht das. Der Ball, da wir gehen noch ein bisschen raus, äh, ist, hier, der Catcher hat den Ball nicht gekriegt. Der rollt zwischen den Beinen durch. Und, ja, wenn er den nicht hat, er tritt zurück. Und in dem Moment ist natürlich, hat er hier direkt reagiert. Ist losgerannt. Rutscht da rein. Und denkt, und was passiert hier vorne in der Zeit? Weil hier ist irgendwie nichts passiert. Gucken wir uns das auch mal an. Er holt sich den Ball. Dann müssen wir mal ein bisschen bessere Position haben. So, er holt sich den Ball. Wirft zur Third. Ach, der ist drüber geflogen. Der Ball ist drüber geflogen. Und das nutzt er direkt aus. Oh, wie awesome ist das denn? Das ist ja ein richtig geiler Spielzug. Und rutscht rein und ist rechtzeitig drin um den Punkt. Oh, Hammer. Ja, hätte ich nicht so gepennt an der Stelle, hätte ich da auch noch eine Position erlaufen können. Also, das wäre jetzt wirklich sehr, sehr geil. Also, ich glaube, wir erleben hier gerade richtig gute Spielzüge. Wir erleben richtig schöne Spielzüge. Also, so sollte eigentlich ein erstes Match direkt ablaufen. Ziemlich cool. Dammit. Jetzt hat er gesehen, dass wir zu weit von der... Ich gehe jetzt nicht ins Repair rein. Ich erzähle es jetzt so. Wir waren zu weit von der Base weg. Das hat er gesehen. Hat den Ball zur First geworfen. Und ich war nicht rechtzeitig zurück. Auch eine Möglichkeit, einen wegzupicken. Und da wir schon zwei Outs hatten, war das natürlich der Untergang. Ah, dammit. Nicht ganz so schön. Das war ein bisschen... Da habe ich ein bisschen gepennt. Oh, oh. Dammit. Das habe ich verkackt. Das habe ich verkackt. Den hätte ich haben müssen. Das war nicht schön. Das fing so gut an, das Match. Es fing so gut an, die Partie. Und dann endete sie so. Na gut. Wir sind ja gerade mal im vierten Inning. Ist noch genug Platz. Oh. Ja. Kommt der Ball eigentlich rechtzeitig an. Nicht unser Fehler an der Stelle. Aber der Läufer ist natürlich durch. So. Da ist wieder einer auf der Base. Ja, wir springen nicht immer von Spielzug zu Spielzug scheinbar. Okay. Den haben wir zumindest. Zumindest den hatten wir. Ja. Und glaub mir. Was wir heute auf der First Base sehen, ist noch gar nichts. Also First Base hat teilweise auch eine sehr agile Position. Also du versuchst Bälle aus der Luft zu schnappen. Also es ist definitiv spannender als viele der Züge, die wir heute sehen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es bisher ein langweiliges Spiel ist. Da haben sie ihn gekriegt. Ich glaube ja. Haben, glaube ich, abgefrühstückt. Bevor er an der Base war. Ja, natürlich. Der Shortstop, den wir in den letzten Videos gespielt haben, ist natürlich immer so eine fast primäre Position, die angelaufen wird. Also da kriegst du deutlich häufiger den Ball. Oh, die wechseln glaube ich eben Pitcher aus. So, wir springen mal zum nächsten Einsatz. Ich würde ja gerne nochmal... Ah, da, da. Kaum gesagt bin ich dran. Dummerweise keine Base beladen und zwei Outs auf unserer Seite. Nicht ganz so schön. Übrigens, oben habt ihr gerade gesehen. Oh. Nee. Nee, 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 nee. Es gibt momentan... Also in dem Spiel, und das gab es wohl letztes Jahr auch schon, einen dynamischen Schwierigkeitsgrad. Das heißt, er fängt unten an. Und je nachdem, wie man spielt und wie man sich schlägt, passt er sich automatisch an. Finde ich persönlich sehr cool. Denn im letzten... Oder bei Dreixx haben wir am Ende, glaube ich, auf einem ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad gespielt. Aber ich finde allgemein so dynamische Schwierigkeitsgrade ziemlich geil. Weil wenn die funktionieren, natürlich. Wenn sie funktionieren. Aber, ähm... Ja, man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Also jetzt ist der Schwierigkeitsgrad deutlich niedriger. Was aber auch... Komm, wer fair, wer fair, wer fair, wer fair. Sauber. Ähm, was aber auch nicht so super schlimm ist. Denn wir haben ja momentan einfach von den Werten her sind wir ja eigentlich, ja, 51 overall. Das ist nichts. Also, da bin ich schon ganz froh, dass wir momentan eher niedrigen Schwierigkeitsgrad haben. Dass das gleicht sich alles auf lange Sicht irgendwo aus. Also, wenn wir mehr Erfahrungspunkte sammeln, wird irgendwo dann auch der Schwierigkeitsgrad natürlich höher. Weil man trifft natürlich mehr. Man hat mehr Power im Schlag momentan. Das ist ja alles mehr fast ein Glücksspiel. So jetzt... Sauber. Da hätte ich auch noch... Hätte ich auch noch wechseln können. Denn wie ihr gesehen habt, ist der Kollege auch zur Base gelaufen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn er hinläuft, ihm den Ball zu geben. Aber, mein Gott, da habe ich gedacht, da komme ich auch so hin. So, jetzt gucken wir mal. Ich simpfe noch mal. Ja, wir sind noch mal am Schlag. Äh, dummerweise keine Base beladen. Ob wir das Ding vielleicht irgendwo noch mal positionieren können. Au, der kam relativ gut rein. Man muss natürlich auch immer wissen, welche Schläge man nimmt. Also, man sollte nicht sinnlos jedem Schlag nachschlagen. So was zum Beispiel nicht. Ähm, wäre für mich jetzt ganz schön gewesen, wenn er mich getroffen hätte. Dann hätte ich auch eine Base weiterrücken können. Auch so ein Fall. Na, da geht er Meilen weit daneben. Das ist natürlich ganz schön für mich. Jetzt sind er schon zwei Fehler auf dem Konto. Wie gesagt, immer überlegen, was mal, wo man nachschlägt, wo man nicht nachschlägt. Der war gut. Oh, der geht schön. Oh, da komme ich, da komme ich, da komme ich, da komme ich, da komme ich. Ja, First Base geschafft. Okay. Das ist ganz gut. Oh, der rote Bart krank. Ich weiß nicht, wie sehr man das im Video gesehen hat, aber der Bart war, der hat richtig schön im Sonnenlicht geglänzt. Ja, MLB 15, der Bart-Simulator. Oh, Glück gehabt. Hätte er den gekriegt, ähm, hätte die Sache vielleicht anders ausgesehen. Dann hätten sie mich wahrscheinlich da auch abgefrühstückt an der Base. Aber nur gut, wir stehen. Wir könnten natürlich auch mal einen Steal versuchen. Ähm, aber das Problem ist, äh, wenn wir jetzt noch einen Out kriegen, das heißt, wenn der Steal nicht funktioniert, dann, äh, sind wir, ja, ist das Ding hier gelaufen und wir haben momentan einen Gleichstand, wobei, dann gibt es eine Verlängerung. Das ist ein Gleichstand. Das haben wir auch. Oh, der wirft aber schön Fehler, der Kerl. Also, der macht da weiter, wo er gerade aufgehört hat. Oh, dritter Fehler. Oh, 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 oh. Wenn wir da Glück haben, dann können wir tatsächlich, also sind alles Fehler von ihm. Wir haben noch keinen Strike geworfen. Jetzt sehen wir, wir haben noch keinen Strike kassiert. Oh, 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 oh. Vier Fehler. Holy shit. Das ist ja auch ein Paradebeispiel, wie solche Spiele ablaufen können. Ja, wir dürfen eine Base weiter, unser Kollege auch. Sehr schön. Äh, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, für uns natürlich die Third Base in Reichweite. Ja, das war ein Strike, okay. Ich könnte natürlich echt mal ein Steel versuchen, aber das Problem ist, ich habe noch keine Geschwindigkeit. Ein Steel wird vermutlich absolut nicht funktionieren und ich glaube, ich... Oh, zweiter Strike. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm, Kollege, komm. Ich weiß nicht, wer da gerade schlägt, aber hau das Ding, hau das Ding irgendwo hin. Einfach aufs Feld, dass ich eine Base erlaufen kann. Oh, da schlägt er nach. Der habe ich... Habe ich selbst gesehen, dass der ewig weit daneben ging. Also das war krass. Das war wirklich krass. Ich glaube, wir sind in einer Verlängerung. Da war ich noch nicht vorbei, das Viertel... Äh, das letzte Inning. Wir sind noch im neunten Inning. Okay, also die sind noch dran. Haben ein Out momentan. Okay. Ein Out, damit kann man bearbeiten. Ja. Das war's für dich. Damit haben sie das zweite Out. Sehr schön. Oh, das gibt uns alle schöne... Ich glaube, First Base ist eine gute Position, um ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. So, wir gucken mal. Werden wir nochmal eingesetzt? Ah, es geht tatsächlich weiter. Mal sind ja neun Innings normal, außer es gibt einen Gleichstand. Und genau das passiert hier gerade. Beim Stand von 3 zu 1. Das heißt, unser Pitcher hat schon drei Fehlwürfe. Ach, scheiße, ich bin... Gib her, gib her. Ich glaube, der ist safe. Ja, aber das war nicht mein Fehler. Auch wenn ich erst falsch gelaufen bin. Der Ball kam einfach zu spät an. Das war's. Wie ist der Endstand? Würde ich den auch bitte sehen? Ich vermute fast, wir haben das Ding verloren, oder? Ja, wir haben es verloren. Schade, mit zwei Punkten Unterschied. Na ja. Ich glaube, wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen. Wir kriegen, glaube ich, auch noch irgendwo ein Performance-Review am Ende. Spieler des Matches sind wir nicht geworden. Das wundert mich jetzt nicht, aber... Ich glaube, es war tatsächlich ein ganz gutes erstes Spiel. Also, es hat viel gezeigt, was möglich ist in MLB. Und so ein bisschen... Natürlich waren viele Replays drin, aber ich finde, das ist einfach so Pflicht bei so einem ersten Part einfach. So, wir haben 77 Trainingspunkte. Guck gerade, kommen wir irgendwo... Notables sind wir drin. Durch die zwei RBI, die wir gemacht haben. Sehr schön. Das gefällt mir. Gut, da gehen wir mal raus. Hier sehen wir nochmal so ein bisschen unsere Performance in den einzelnen Innings, wo wir drauf waren. Also, im zweiten haben wir versagt. Im siebten haben wir versagt. Aber im vierten haben wir zumindest eine Base erlaufen. Im neunten nochmal zwei Bases. Ja, damit kann man leben. Oh, unsere Performance da draußen war nicht sehr gut. Aber wir haben immer noch Zeit, um uns zu verbessern. Ja, um unsere Draft-Aktien zu verbessern, sagt der. Ihr habt draußen ein bisschen Spaß. Ja, also, das ist ganz cool, dass wir jetzt direkt so quasi Feedback kriegen. Ja, das sollte uns anspornen. Wobei ich fand nicht, dass wir jetzt so super schlecht waren. Momentan so Draft-Projection im mittleren Bereich. Ja, gut, das ist natürlich nicht überragend. Du geht's. Du트를 Corps silhouette. Du verbretst dich ab.